Hi, Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Jim Beam schon wieder. Dieses Mal Choice. Charcoal-filtered five years of age. Also fünf Jahre alt. Durch den typischen Kohlenfiltern hindurchgejagt. Jim Beam Choice steht hier auf der Seite. Is made from an old family recipe. Jim Beam Choice wird aus von meiner alten Familie Rezept hergestellt. It was one of the Masters Distillers' favorite. And that's why we have called it Jim Beam Choice. Das war einer von der Master Distillers Lieblingsrezepten. Und deshalb nennen wir es denn Jim Beam Choice. Choice. Erste Wahl. So. 40%. Jim Beam gehört dann eigentlich eine japanische Firma an. Also schon seit mehrerer Jahrzehnten ist das der Fall. Also Jim Beam mag exzellente Sachen finde ich. Also wir haben den Jim Beam Rye. Kann ich sehr empfehlen. Wir haben den Jim Beam Bookers. Kann ich auch ein bisschen. Achso Bakers. Kann ich ein bisschen empfehlen. Also das war ein bisschen zu viel für mich mit der Note von dem Klebstoff. Was ich sehr empfehlen kann ist Bookers. Und auch was ich ein bisschen empfehlen kann ist der Small Batch Hazel. Basil Hadens. Also nicht nur das. Es gibt vieles andere was von Jim Beam kommt. White Label and Black Label und hier Green Label und so weiter. Also Sunturi. Das ist die japanische Mutterkonzern. Hat da viel Freiheit gelassen für Fred Noe. Der Master Distiller in siebter Generation. Und von daher kann man sagen. Jungs. Ihr macht eure Arbeit da gut. Ja. Jack Daniels. Der zweit am meisten verkauften Whisky überhaupt. Also schon Bourbon überhaupt weltweit. Also Tennessee. Jack Daniels ist Nummer eins. Ich habe sogar davon gehört, dass in England mehr Jim Beam mehr Jack Daniels verkauft wird als überhaupt der Famous Grouse. Was ist der eigentliche schottische Whisky denn da. Interessant. Ein Haufen Klebstoffnote. Nur ein Hauch. Das ist Alkohol. Mais. Eindeutig. Also muss 51% da drin sein. Das kommt eindeutig durch. Da kommt diese Karamell. Da kommt diese Süße da mit. Aber auch von den Eiche. Also von diesen Holzfässern. White Oak. Also weiche Eiche. Diese neue ausgebrannten Fässern werden da benutzt. Eine ganz komische Geschichte ist, dass ein Bauer in den Vereinigten Staaten damals. Er war auch Pastor. So war das häufig. Sonntags hat man das getan. Und während der Woche hat man jenes getan. Und der, seine Scheune ist abgebrannt. Und dann hat er gesagt, oh Mensch, die Fässer sind nur ein bisschen angekokelt. Kann ich sie trotzdem benutzen? Und traf einfach ein bisschen Bourbon da rein. Und das war besonders gut. Und seitdem werden diese Fässern auch dann ausgebrannt. Weil durch diese Hitze entsteht aus dem Holz von dieser Weißeichen eine gewisse Karamell. Und diese Karamell gibt sich nicht nur der Farbstoff hier ab. Sondern auch ein bisschen süßer. Und auch ein bisschen, dass es weich und besser wird. Also Alkohol wird länger. Auch in den Fässern waren es weicher. Und nicht so jung, nicht so scharf, nicht so hart. Probieren wir mal. Also hier viel Süße bis hin zu Krattencandy, also Zuckerwarte. Nicht viel Komplexität. Vanille, Karamell, Mais, Eiche. Bisschen Hitze, aber noch 40%. Black Label hat sogar 43%. Das finde ich echt besser. Der wirkt noch junger. Also ich möchte gerne White, Green und Black hier auch einen Taste Test machen. Ich bin ziemlich sicher, auch wenn ich blind machen würde, würde Black, Green, White so ab auch schneiden. Der neigt dazu für mich ein bisschen zu süß zu sein. Also ich hätte ein bisschen mehr Eiche. Bisschen wenig von diesem Mais, was da durchkommt. Und ich möchte noch ein bisschen mehr Eiche. Ich hätte gerne irgendein bisschen Gewürz dazu. Also von Roggen hin bis hin zu ein bisschen Tabak oder Anis oder Kräuter oder Klee. Nix. Bisschen mehr davon wäre gut gewesen. Also jetzt habe ich wirklich diese Vanille, diese Karamell. Also so mit Honig wäre ich zufrieden. Das ist auch nicht da drin. Auch in der Nase. Ich rieche Alkohol. Ich rieche nicht. Ich rieche junges Alkohol. Aber was will ich? Ich habe 16 Euro dafür bezahlt. Komm, Leute. Gut, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Jason ist mein Name. 2 für die Qualität. 2 für die Preisleistung. Vielleicht sogar 2 plus. Also der Black Mabel hat mir eindeutig besser geschmeckt heute. Vorhin beim Tasting. Und das finde ich ist gut. Aber für ein Euro mehr eindeutig ein Jahr länger reifen lassen. Ein Jahr länger mehr Komplexität bekommen. Ein Jahr länger mehr Eiche bekommen. Wenige Süße, wenige Mais. Das hätte das Ding gut getan. Warum Jim Beam nicht der schwarze Black Label dazu seinen Choice gemacht hat, weiß ich nicht. Aber diese Green Label wirkt schon. Ich finde es echt schön. Also es sieht anders aus. Also ich muss schon sagen, Jim Beam hat schon hier, wenn man nur diesen 2 mit einem vergleicht, die prägen, die heben sich hervor und sagen, kauf mich, kauf mich. Und die machen das ganz gut. James B. Beam. None genuine without my signature. Nichts ist echt. Ohne mein Unterschrift steht hier. Von Jim Beam since 1795. Also 1795 gibt es, seitdem gibt es den Jim Beam. 1776 wurde der Vereinigten Staaten erst überhaupt gegründet. Und auch Kentucky war da noch nichtmals, ich muss überlegen, war schon Kentucky Teil der Kolonien, also beziehungsweise die Vereinigten Staaten, es gibt extra einen Whisky. Und der ist nach dem Jahr ernannt, wo das geschehen ist. Und ich dachte, das war 1782. Ich glaube schon, dass Kentucky dabei war. Muss ich mal schauen. Gut. Flasche ist gut, lässt sich echt in der Hand gut greifen. Hier Jim Beam eingeprägt, lässt sich gut gießen. Nicht damit. Warum nicht? Jeder hat so sein weißes Zeug dabei von Jim Beam. Bring was Grünes mit. Vielleicht denken sie, uh, umweltbewusst. Du kannst damit angeben, sag, hey, mein ist sogar zweieinhalbmal älter als deins. Deins ist noch zwei Jahre alt, mein ist fünf. Mein ist the choice von Jim Beam, sein Lieblingsrezept. Und er konnte einfach sagen, ich habe drei Euro, vier Euro mehr dafür für die Flasche bezahlt. Und das schmeckt man vielleicht. Mein Rat wäre dennoch, zu dem Black Triple H zu greifen. Da würde ich jedes Mal sagen, für ein Euro mehr, das, was ich mehr bezahlt habe, wäre das mein Favorit. Okay, gut. Die drei Umdrehungen helfen auch mehr, 43 gegenüber 40. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Jason ist hier, meine Meinung ist okay. Nicht wow. Vielleicht ist deine Meinung anders. Okay, bis dahin. Tschüss.